Über 800 Jahre Geschichte. In einer Stadt voller revolutionärer Ideen. In Kunst, Technologie und Wissenschaft. Über 800 Jahre wechselvoller Entwicklungen. Jahre der Blüte. Jahre der Zerstörung. Und des Wiederaufbaus. Immer wieder mit klarem und zielstrebigen Blick in Richtung Zukunft. Dessau-Roslau. Die Bauhausstadt mit Zukunft. Auf ihrem Weg durch die Zeit im 21. Jahrhundert angekommen, ist Dessau-Roslau heute eine aufstrebende Stadt. Infrastrukturell über die Autobahnen, Bundesstraßen, die Elbe und den Flugplatz perfekt angebunden, liegt Dessau-Roslau im Herzen des mitteldeutschen Wirtschaftsraumes zwischen Magdeburg, Leipzig und Halle. Mit Wirtschaftsschwerpunkten in den Bereichen Pharmaindustrie und Stahl- und Maschinenbau werden auf Weltniveau neue Produkte entwickelt und produziert. Das Umweltbundesamt mit seiner wegweisenden, nachhaltigen Architektur erforscht, entwickelt und bewertet als Bundesbehörde Umweltthemen und aktuelle umweltrechtliche Entwicklungen. Kreative Ideen bauen die Zukunft. Fürst Leopold III. ließ das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Gartenreich Dessau-Wörlitz anlegen. Eine von vier Welterbestätten und Touristenmagneten in einem Umkreis von nur 35 Kilometern. Das weltberühmte Bauhaus setzt bis heute wesentliche Akzente im Bereich der Architektur und Kunst. Walter Gropius, Lionel Feininger, Kurt Weill, Vasily Kandinsky oder Paul Klee haben in Dessau neue Maßstäbe gesetzt und katapultierten die Welt im frühen 20. Jahrhundert in die Moderne. Zuhause in Dessau-Roslau. Lebensqualität in einer aufstrebenden Stadt. Natur nah wohnen, arbeiten und leben. Sport und Freizeit, Kultur und Familie, Technologie und Forschung sowie viele Freiräume für kreative Ideen, unternehmerische Entwicklungen und Investitionen. Dessau-Roslau. Die Bauhausstadt mit Zukunft. Die Bauhausstadt mit Zukunft. Die Bauhausstadt mit Zukunft. Peter quarto. Bis zum nächsten Mal.